Ja, als nächstes wollen wir eine bedingte Wiederholung erstellen. Dazu braucht man Wiederhole bis. Wir haben wieder eine Bewegung. Hunderter Schritte. Und er soll die 100 Schritte ausführen, bis folgendes geschieht, und zwar bis hier der Rand berührt wird. Da bräuchte man dann fühlen, wird berührt, kommt hier rein, Rand. Und wenn ich hier jetzt das auslöse, wiederholt das so oft, bis der Rand berührt wird, und dann wird das Skript entsprechend gestoppt. So, dann machen wir etwas, was wir vielleicht aus Excel schon kennen, wenn dann sonst. Hier nennen wir das Bedingungen und Alternative. Als erstes brauchen wir unsere Startfläche, dann Steuerung, wenn dann sonst, wäre das hier. Falls, dann, sonst. Und hier brauchen wir wieder einen eckigen Befehlsblock. Da kommt uns der gerade recht. Also, falls wird Rand berührt, dann? Dann sagen wir einfach mal, soll er den Drehtyp wechseln. Also, erst mal pralle vom Rand ab. Wechsel den Drehtyp auf links, rechts. Und ansonsten soll er 40er Schritte gleiten. So, das Ganze müssen wir allerdings jetzt noch schachteln, weil, wenn wir das hier einmal anklicken, würde die Figur nur 40 Schritte entlang gehen. Und dann wäre das Skript zu Ende. Wenn wir aber sagen, wiederhole fortlaufend, dann wird dieses Skript ständig ausgeführt, also ständig wird überprüft, wird der Rand berührt, dann pralle ab, Drehtyp auf links, rechts. Und ansonsten G40er Schritte. Probieren wir es mal aus. Genau, die Katze läuft dann hin und her. Jetzt ist sie nicht genau auf 90 Grad gewesen. Deshalb geht sie so ein bisschen rauf und runter. Wenn ich das Skript stoppe, ich richte mal die Figur genau auf 90 Grad aus. Dann müssen wir es reinschreiben. Und dann dürfte die Katze einfach nur hin und her gleiten, ohne dass sie die Position nach oben oder unten wechselt. Okay. Dann wird es noch ein bisschen rauf.